Es ist schmerz und unruhig, in diesem Ort. Es ist ein kaltes Knochen von Reisen. Ja, ähm, ganz kurz mal, mit Zoe. Ich möchte Zoe irgendwie zumindest ein bisschen Heilung geben, ne? Äh, geringes Maß an Gesundheit, komm. Zoe. Übergeben an Zoe. So. Damit sie sich alle zumindest ein bisschen heilen können, ne? So, und Brienne. So. Also, wenn ihr Hunger habt, könnt ihr essen. Eine Kiste. Handschützer. Handschützer, gucken wir uns gleich mal an, ne? Ähm. Naja. Also. Lieber, lieber nicht, ne? Geben an Brienne. Ja, komm schon. Riel. Handschützer, besser oder schlechter? Schlechter. Naja, hm. Ja, ne. Nö, nö. Die Handschützer sind eher was zum Verkaufen. So, ich möchte mich hier einfach nur noch ein kleines bisschen... Ups, kurz den Teilstrag. Gern. Ich möchte mich einfach nur noch ein kleines bisschen hier noch rum gucken. Nicht, dass wir hier irgendwie... ...was verpassen. So, wie zum Beispiel so ein Hartknollensaft. Und interessant wäre auch noch zu wissen... ...falls dieser... ...Koloss, oder was das immer war, hier runtergefallen ist. Wo... ...Totenschädel. Heilbrunnen. Hm, was ist das? So, hier ist irgendwie ein Gang. Ein düsterer Gang. Der Thron des Flammendieners. So ein Kristall... ...oder solche Kristalle... ...hab ich doch schon mal gesehen. Und zwar am Eingang von Kasades. Da war auch so ein Kreis mit fünf solchen Kristallen drumherum. Oder? Nehmen, untersuchen. Erstmal untersuchen. Aus der Erde dringt ein seltsames Licht und ein Luftzug. Dort unten muss etwas sein. Äh, äh, äh. Leute, dreht euch nicht um. Oder dreht euch um. Zielkristalle werden zusammen mit Reisesteinen benutzt. Vergrabt diesen Zielkristall... ...und dann könnt ihr mit Hilfe des Reisesteins... ...jederzeit an diesen Ort zurückkehren. Ausnahme, Kerker. OUGH! OUGH! Überraschung der Tendenz! Findet eine Öffnung, dann streich! Die Tendenz ist ein neues Ende! Ich streich die Tendenz! Irgendwann! Wir werden deine Kraft bestellen! Mehr und mehr! Bleiben Sie zurück! Sie ist eine riesige Kraft! Oh, Hilfe! Zoe! Wir müssen Zoe retten! Au! Leute, rettet mich! Äh... Au! Au! Äh... Rückzug, Leute! Rückzug! Ah, Mann! Hilfe! Hierher! Kommt her! Da lang! Oh, wir können nicht! Nein! Hören Sie mich zur Verfügung! Hilfe! Ich werde zurück! Ich werde zurück! Oh, ich kann... Oh, ich kann... So, Ausdauer! Ausdauer! Ausdauer, Ausdauer, Ausdauer! 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 Oh! Ah, da! So, Ausdauer! Was bringt hier Ausdauer? Ah... Ähm... Ähm... Gesundheit! Gesundheit! Äh, Gesundheit brauche ich auch, ne? Benutzen! Ausdauer! Gesundheit! Ausdauer! 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 Beträchtliches Maß an Gesundheit! So! Mistviech! Ah! 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 Die Frage ist, können wir die überhaupt besiegen, oder müssen wir hier tatsächlich fliehen? Wobei... Scheinbar sind alle weg, ne? Äh, nein, sind sie nicht. We- We- Ja, wir- Wir hörten es schon. Wir hörten es schon. Wir hörten es schon. Oh, wir haben es sogar verletzt. Ruhig bleiben. Irgendwo ist es. Ganz ruhig bleiben. Da ja. Noch mehr und mehr, weiter zurück. Nein, dann halten Sie den Vorteil. Es ist mir. Es ist Ruhig. Was sind die Tentacke? Die Tentacke sind wir ohne Ende. Ich werde die Tentacke. Na gut, Freunde. Wir gehen jetzt mal hier lang. Schau mal, ist das wirklich so eine unendliche Sache? Der Zeremonialkäfig. Ah. 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 Okay, hier fehlt... Hier fehlt jetzt ein Schalter, glaube ich. Also wir können da nicht rein, oder? Verschlossen. Wir müssen also in diesem Dungeon wahrscheinlich erst einmal irgendwo... ...einen Schalter finden. What have I done? What have I done? Gravierter Hebel. Gravierter Hebel. Ich habe so das Gefühl, dass der Rückweg uns irgendwann versperrt sein wird, wenn wir so weitermachen. Okay, kommt her, Leute. Das war sehr interessant. Vielleicht. Oh, vielleicht. Ja, vielleicht. Oh, vielleicht. Ich... Oh... Oh, mein... ...fackelt so... ...muss ich sie vielleicht selber nachfüllen? Also, ich hätte gedacht, weil ich ja Öl habe... ...dass er das möglicherweise selbst nachfüllt. Oder ich habe das ganze Öl schon verbraten. Ja, ich sehe kein Öl bei mir Das heißt, ich muss das ganze Öl bereits verbraten haben Deshalb ist meine Lampe auch so So flackerig Was ist das? Was ist das? Wir müssen uns gut vorbereiten. Verlieren? Oh, hab hier den? Ja, gut. Ja, nix. Du drawst die Attention. Wir werden jetzt hier verschwinden. Oh nein, Zoe. Ich kann nicht los. Es nimmt Feuer! Ich war knusig. Oh! Au! Kommt, kommt, kommt! Alle her! Alle her! Geh her! Wer liegt denn da jetzt schon wieder? Brienne! So, kommt, 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 kommt! Alle her! Au! 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 Und nix, sie weg! Alle hierher! Alle hierher! Bitte, alle hierher! Alle hierher! Die Tentakelse sind weg, ohne Ende! Oh, Mann! Oh, Mann! Wir gehen! Gehen wir hin? Mehr und mehr sind wieder zurück. Gehen wir hin? Bitte, hilf mir! Hey, ich war fröhlich. Gehen wir hin, Tendel! Was war das? Sie ist ein schweiziger Fett! Die Tenten, die wir ohne Ende tun haben! Jetzt! Sie halten die Erwanderung! Es ist großartig, Emma! Gehen wir hin! Ah! Wer ist denn da jetzt schon wieder? Zoe! Wie! Oh, du bist der Schmerz! Du bist der Schmerz! Oh, du bist der Schmerz! Du bist der Schmerz! Oh! Kommt, kommt, alle her. Kommt, alle hierher. Wo bleiben sie denn? Hierher. Kommt, alle hierher. Oh... Und wer ist... Wer ist in der Boden? Brianne wahrscheinlich. Halt auf! Ich kann nicht gehen! Los geht's! Es geht's! Es geht's! More and more! Keep brewing back! Find an opening, then strike! Beware, Stendhal! No, J-Hope bein' back! I shall restore your health. Hold on. I will strike your tentacles! Ah! So, Leute, hier lang. Und nicht woanders. I shall restore your health. I shall restore your health. Hold on. Any time. Oh, ich hab mich still. Oh, ich hab mich still. Wollt für die Spiele! Werden wir jetzt? Mehr und mehr, gehen wir zurück. Beware mit den Tendlern. Nein! Oh, ich hab mich still. Ach! So, ich hab mich still. Ich hab dich still. Ach! Ich hab dich in diese Tendlern gearbeitet. Oh, oh, oh! Oh, oh, oh! Oh, 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 oh! Hier! Au. So, und laufen, Leute. Ich bin hier. Ich werde nicht mehr so helfen. Sehr gut. Ich habe den großen Fehler gemacht. Ich habe immer gesagt, da lang, da lang. Ich habe sie gleich irgendwo hingeschickt, anstatt zu mir zu rufen. Denn wir wollen ja nicht kämpfen. Nein. Wir wollen verschwinden von hier. Ich bin hier, auf meinem Haus. Ich bin hier. Ja, komm schon. Hahaha, wie geil! Hilfe! Wow. Ich glaube, wir haben wieder was geschafft. Lass es mir an. Ich werde deine Hilfe retten. Hör auf! ein Abgang ohne Ehren. Bis es soweit ist, müssen wir, glaube ich, noch ein bisschen besser werden. Also damit wir da wirklich, also wie das Messer durch Butter gehen können. Ähm, ja. Ich werde jetzt hier ein kleines Prüsschen machen und dafür sorgen, dass sich alle erholen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und sage, bis bald.